Hallo und herzlich willkommen zu diesem Adeptus Titanicus Unboxing bzw. Reingeschaut Videos. Wir haben hier das Buch Crucible of Retribution und die Open Engine War Kartenbox, um zufällige Missionen mit auch Terrain und atmosphärischen Effekten zu erzeugen und nicht immer dieselben Missionen aus den Büchern spielen zu müssen oder dieselben Standardmissionen aus dem Grundregelwerk. Diese beiden Produkte wurden mir freundlicherweise zur Verfügung gestellt vom Tobias aus dem Spielwarenladen FIFIKUS in Münster-Hiltrop und da kriegt ihr auf jeden Fall gleich nochmal eine Info zu und ich würde sagen, wir schauen uns als erstes mal dieses Buch an, direkt nach dem Intro. Und da haben wir nun das Buch Crucible of Retribution. Wir sehen auf der Front schon einen schicken Warlord Battle Titan der Legio Ignatum und auf der Rückseite verrät uns dieses Buch natürlich auch worum es geht, was wir auch schon vielleicht in der Warhammer Community schon gesehen haben. Es gibt Hintergrundinformationen über den Krieg im Belt of Iron, es gibt hier Titanen-Legionen, die dort mitgekämpft haben, neue Manipel, neue Household-Regeln bzw. die für die Seneschals. Es gibt hier eine neue Art zu spielen, also unabhängig von dem Open-Engine-War-Card-Pack hat man hier auch nochmal so eine Art Missionsgenerator drin und es gibt natürlich auch die Narrativen-Missionen, die uns diese Kriege in dem Eisengürtel spielen lassen. Eine Legio aus diesem Buch interessiert mich auch sehr und wird gegebenenfalls auch bei mir noch Einzug halten. Deshalb kann ich an dieser Stelle sagen, wir blättern mal kurz durch, es gibt einen ganz kurzen Eindruck und alles weitere wie zum Beispiel die Manipel-Besprechung und die Legio-Besprechung kommen dann in den Titanicus-Tactic-Talk-Videos, die dann jetzt tatsächlich weitergehen. Erstmal mit einem Update, das sind jetzt die neuen Manipel, die noch nicht in den Videos abgehandelt wurden und dann gehen wir auch bei den Legios weiter. Zwischendurch gibt es dann nochmal ein Video für sowas wie den Warbringer Nemesis Titan und den Psy-Titan, also da geht es bald weiter. Ja, seid auf Großes gefasst. Crucible of Retribution. Starten natürlich wieder hier mit unserem schönen doppelseitigen Kunstdruck, den wir eben haben, der Legio-Gryphonicus. Da weiß ich nicht, fände ich es, glaube ich, schön, wenn man hier auch ein bisschen variieren würde, vielleicht, dass dann mal dieses Sanctorum einer anderen Legio gezeigt wird, aber das ist jetzt hier weiße Nitpicky. Das ist nicht schlimm. Und da haben wir dann auch schon einen Warhound Scout Titan zu sehen von einer der neuen Legios, die ich wahrscheinlich gar nicht mehr richtig aussprechen kann, denn die Namen sind schon schwierig für mich. Da werde ich dann vielleicht auf die englischen Stadt, das Hochgotische, zurückgreifen. Crucible of Retribution, an Adeptus Titanicus Supplement, set in the universe of the Warhammer 40.000. Contents, ganz klar. Hier haben wir dann alles nochmal aufgelistet in der Inhaltsbeschreibung oder im Inhaltsverzeichnis. Hier haben wir den Kataklysmus des Eisens, also die ganze Geschichte im Hintergrund. Wo ist der Belt of Iron? Hier haben wir dann so eine kleine Galaxiekarte. Terra kennen wir, Chthonia, Sansephoros Welt, beziehungsweise die Welt, auf denen der Primarch der Sansephoros, Horus Lupakala, gefunden wurde. Dann haben wir hier Talan, für mich auch sehr speziell und interessant, weil ich Furian und Kratos male und Kratos im Team gespielt wird. Das ist natürlich dann sehr interessant, weil Kratos diese Welt verwüstet hat. Zusammen mit den Iron Warrioren Hier haben wir dann die ganzen Planeten im eisernen Gürtel und wir schließen uns in Richtung Terra. Das finde ich sehr gut, weil ich dann auch hoffe, dass wir bald, Achtung, Spekulationen, mehr mit dem Chaos zu tun haben, mit tatsächlichen Mutationen. Der Kataklysmus der Eisenzeitlinie, also auch alles nochmal beschrieben, ein paar schöne Bilder, das könnt ihr euch dann alles in Ruhe durchlesen, wenn ihr das Buch besitzt, falls ihr es noch nicht habt. Und schon durchgelesen habt. Und dann kommen wir hier, nach ein paar schönen Bildern, Titan Legions of the Cataclysm. Hier ist natürlich dann das Interessante, wo die Titanlegionen aufgeführt werden. Wir haben Legio Astraman, die Morning Stars. Diese sehen so aus, ist eine klassische Legio, quasi neu aufgelegt. Damals war es grün und hier dieses war weiß-blau. In dem Falle haben wir es hier mit weiß-schwarz zu tun und diese blauen Streifen sind da in den Wappen noch neu dabei. Sehr cool, dass solche klassischen Sachen wieder neu aufgelegt werden. Finde ich, finde ich richtig, richtig gut. Die Legio Astraman ist Trade Unyielding. Wenn ein Titan in der Bewegungsphase aktiviert wird, kann man automatisch den Maschinengeist anschalten. Also voluntarily, man kann sich dazu entscheiden. Und dieses führt dann dazu, dass der Statusmarker des Reaktors in 2 bewegt wird. Aber, aber, automatisch, ohne würfeln zu müssen, ein, ähm, was ist das denn hier? Starward, genau da, Starward, also dieses Reparaturphase durch den Maschinengeist eingeleitet, nochmal aktiviert werden kann. Danach kann ich ihn allerdings nicht in der Kernphase aktivieren. Ist natürlich schwierig zu handeln. Da gehen wir dann auch nochmal bei dem ganzen Manipel- und Legio-Ding ein. Aber, an sich eine coole Sache, weil ich nochmal sozusagen eine doppelte Reparatur habe, beziehungsweise eine dreifache, wenn ich ihn mit dem Emergency Repair aktiviere, in der Strategiephase kann ich einmal reparieren, dann kann ich einmal reparieren in der Bewegungsphase dadurch und kann danach in der Schadensbegrenzungsphase nochmal reparieren. Das heißt, wenn mein Titan total in der Wurst ist und ich den unbedingt brauche für die weiteren Spielzüge, dann kann ich dadurch auf jeden Fall gut was reißen. Dann haben wir noch ein paar Strata-Games, die schauen wir uns dann später nochmal bei der Legio an. Strength and Resolve und Stand Firm. Geht alles so ein bisschen in die Richtung, dass die dort stehen und sich zerschießen lassen, während sie weiter massiv austeilen. Und wir haben die Mag-Log-Shells. Das ist alles für Ordnance, also Gatling-Blaster, Macro-Gatling-Blaster. Und wenn diese aufgerüstet sind, wird eins zu den Armor-Rows hinzugefügt. Allerdings natürlich Einsen sind immer noch oberflächliche. Beziehungsweise, Rolls of a natural one are still superficial hits, können aber dann wegen Ordnance wiederholt werden. Aber ob ich jetzt einen Gatling-Blaster mit einer Stärke von 5 habe oder einen von 6, das macht schon manchmal einen Unterschied auf einem Reaver. Deshalb ganz cool. Personal Traits, eher etwas uninteressant, wenn ihr mich fragt. Aber das ist bei den meisten Legios so, die aus dem Grundregelwerk sind meist noch die besten. Dann haben wir hier die Legio-Atarus, die Firebrands. Die hatten wir schon mal in dem Buch Titan Death. Wenn ich mich richtig zurückerinnere. Habe ich ja bei dem letzten Buch auch schon mal gesagt, mit der Legio Cruis, nicht so cool, dass man eine Doppelung hat tatsächlich. Aber auf der anderen Seite verstehe ich es, wenn man wirklich sagt, okay, ich bin ein narrativer Spieler, ich möchte genau in diesem Szenario spielen, habe ich hier die Legio, die ich dafür spielen kann. und muss mich dann nicht nochmal hinsetzen und das Titan Death Buch mir anschaffen, nur um Atarus zu haben, diese eine Seite. Also die Bilder kennen wir schon. Dann haben wir hier die Legio Ignatum, die Fire Wasps. Sehr interessant für mich tatsächlich. Das Schema würde ich so ein bisschen mit dem alten kopieren, beziehungsweise vereinen. Hier haben wir zum Beispiel diese Zickzack-Linien. Im alten Schema haben sie nur gerade Hazard Stripes. Hier dieses Wabenmuster, auch sehr schön. Das würde ich dann zum Beispiel ergänzen. Die Beschläge, ganz, 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 ganz dunkel, fast schwarz, mit so einem leicht violetten Stich. Richtig cool, gefällt mir. Schön düster, wäre ein guter Kontrast zu meinen anderen Loyalisten der Legio Defensor. Deshalb schauen wir mal. Die Fire Wasps haben We Loyal Few als Trait. Und das sagt, dass man Einsen bei den Trefferwürfen wiederholen darf, wenn man Feinde, beziehungsweise Titanen, wichtig, Titanen, innerhalb von 12 Zoll hat. Also der Schuss auf diese Feinde geht. Dann haben wir hier Punish Their Folly. Das ist nochmal, glaube ich, eine freie Schussphase. Nein, Stopp. Wenn du angecharged wirst und der Titan in 3 Zoll seine Bewegung mindestens beendet, dann darfst du einmal auf BF eine Schussphase durchführen. Und Guard the Gates ist nochmal ein Strata-Game, das man automatisch in der ersten Runde jedem Titanen, den man möchte, eine First Fire geben kann, ohne einen Command-Check machen zu müssen. Also Shooty. Dann haben wir die Gravitonic Sensor Arrays für 15 Punkte als Wargear. Plus 1 zu Hit-Modifier, wenn das Ziel mindestens 25% verdeckt ist. Also dieses Minus 1 wird dadurch aufgewogen. Für mich persönlich wirken die Fire Wasps wie so eine Mischung aus Furian und Defensor. Also recht Shooty am Anfang, in der ersten Runde zum Beispiel. Und danach diesen Bonus, dass sie hier die verdeckten Ziele besser treffen können. Das ist ja so ein bisschen wie das Hunting-Auspects bei League of Furian. Und durch We, Loyal Few haben sie automatisch prinzipiell alle eine Fähigkeit, die so in Richtung Titan-Stalker geht, was ein War-Princeps-Trade war bei Furian, wo es dann war, plus 1 auf den Armor-Roll innerhalb von 12 Zoll bei Feinden um den Prinzeps. Hier ist es 1 in Wiederholen innerhalb von 12 Zoll. Finde ich sehr cool. Lässt auch die Option, kleine, schnelle Maschinen und auch die großen Shooty-Maschinen zu spielen, was sowieso meins ist. Deshalb, Legio Ignatum wird wahrscheinlich auch nochmal in meine Sammlung kommen, 2021. Schöne Bilder, leider, also ein bisschen ein schönes Bild, leider nur ein Titan. Da finde ich schade, dass man von der Legio Atarus, wo ja wir schon mal was hatten, trotzdem drei Titanen genommen hat. Und von Legio Ignatum was Neues ist, wo man sich hätte austoben können, mit dem Farbschema nur eins gewählt hat. Na gut, Meckern auf hohem Niveau. Legio Venator, Loyalty above all. Legio Venator-Titanen ignorieren Prinzeps verwundet als kritische Kondition und zusätzlich, wenn ein Legio Venator-Titan stirbt, dann kriegt ihr plus 1 auf die 9, andersrum stoppt, das war eine andere Legio. Also, wenn ihr ein Legio Venator-Titanen in der Nähe habt, um den Prinzeps Senioris, bekommt er plus 1 auf seinen Command-Check, das war das. Genau. Also macht es zum Beispiel, hier sind bei Legio Venator viele kleine Manipel zu spielen, wenn ihr die Punkte habt, um dann mehrere Prinzeps Senioris auf dem Tisch zu haben, dass die als sozusagen kombinierte Einheit jeweils den Bonus bekommen. Legio Trite ist auch noch One Mind. Ich lese daraus, dass ich auch alle möglichen Titanen der Legio Venator in Schwadrone aufteilen kann. Das heißt, ich könnte auch zum Beispiel einen Reaver und einen Warlord zusammenpacken. Das Einzige, was sie nicht dürfen, ist Shield Merch, aber profitieren sonst von allem, also gleichzeitig aktivieren, Schwadronsbefehle und auch Coordinated Fire, was natürlich dann bei großen Maschinen richtig böse wird. Habe ich erst auch so gedacht, Liebäugeln, aber das ist dann schon wieder richtig hartes Spiel, wenn man das ausnutzt. Dementsprechend ist es eigentlich nicht ganz so mein Spielstil. Aber eine coole Sache, dass man jetzt eine Legio hat, die sowas auch kann. Zusätzliches Legio Trade ist Mobile Force. Sie dürfen einen Reaver Titanen in ein Manipel reinpacken, das eigentlich als Mandatory einen Warlord hat. Ganz cool. Dafür haben sie allerdings keine speziellen Strata-Games. Das ist aber okay mit drei Traits. Und die Legio Specific Wargear ist Blind Launcher, also im Prinzip sowas wie Nebelwerfer. Wenn sie aktiviert werden, dürfen sie nebeln und dadurch werden sie schlechter getroffen. Um eins, aber treffen auch um eins schlechter. Dieses dürfen sie tun, bevor sie schießen oder nachdem sie schießen, steht hier auch mit drin. Ist ganz cool. Das heißt, ich kann zum Beispiel sagen, ich beschieße jetzt den Feind. Der Titan, den ich aber gerade aktiviert, ist ein bisschen wichtiger. Nebel sofort danach und wird schlechter getroffen. Das ist eine coole Sache. Legio Specific Personal Traits. Gehen wir alles drauf ein, wenn wir die Legios durchgehen, Stück für Stück. Dann haben wir die erste Legio, die ich wahrscheinlich nicht vernünftig aussprechen kann. Legio Lannis Kara, also die Impalers. Impalers wirken sehr, sehr wild nach vorne durchgehend. Legio Trade ist Direct Measures. Einmal pro Runde kann ein einzelner Titan der Impalers seinen Geboost und Speed nutzen, ohne den Reaktor hochzufahren. Dann haben wir hier die Legio Trade Bullish. Sehr cool, gefällt mir. Zusätzlich zu allen Attacken, die er macht, darf er eine Smash-Attacke machen. Das heißt, ich kann angreifen, mit zum Beispiel einer Kettenfaust bei einem Reaver zuschlagen und dann zusätzlich eine Smash-Attacke machen. Das ist sehr geil. Jetzt wäre natürlich die Frage, ist Bullish, wenn ich mit einem Warhound irgendwo reinrenne und eine Smash-Attacke mache, darf ich noch eine Smash-Attacke zusätzlich machen. Da müsste man nochmal vielleicht auf das nächste FAQ warten. Das ist mir noch ein bisschen zu schwammig geschrieben. Aber meine Güte, ist cool, dass es sowas gibt. Und das Strategium Headless Charge für einen Punkt geht auch in diese Richtung. Das kann genutzt werden in der Strategie-Phase. Und dann dürfen Sie für den Rest der Phase die Charge-Order ohne Command-Check zugeteilt bekommen. Also spielt das alles mit rein. Das ist so ein One-Trick-Pony. Ihr wollt rein, ihr wollt boosten, ihr wollt aufs Maul geben. Dann haben wir noch das Mordantized Ceramide als zusätzliche Wargear-Option. Und dieses besagt, dass für 10 Punkte eins von Armor Rolls entfernt wird, was mit Maximal Fire geschossen werden kann. An Attack made by a weapon with Maximal Fire Trade. Das heißt, wenn jetzt so eine Plasma Blast Gun kommt oder eine Sunfury Plasma Annihilator, wird er nicht mehr plus 2, sondern nur noch plus 1. Allerdings auch andere Sachen, wo vielleicht in einer Legio Maximal Fire auch für eine andere Waffe hinzugefügt werden kann. Oder durch diese spezielle Strata-Game man einer Waffe Maximal Fire geben könnte. Finde ich tatsächlich sehr cool. Also hat der Sunfury Plasma Annihilator nicht mehr Stärke 8, sondern nur noch Stärke 7. Sehr cool. Hier haben wir auch so ein paar Doppelungen. Wir haben hier jetzt zum Beispiel Cruel. Das haben wir bei Legio Vulpa schon mal gehabt. Mit Maßstab 5 und einer kleiner plus 2 Stärke der Treffer. Und Titan Killer ist hier ähnlich wie das, was wir bei Legio Furian hatten und eben schon auch bei Legio Ignatum. Hier in dem Falle sind es Armor Rolls von 1 wiederholen dürfen gegen feindliche Titanen. Also kommt das von der Mathematik ungefähr auf selber raus. Dann haben wir noch ein paar schöne Bilder von denen. Hier mit diesem, was ist denn das, Türkis Dunkelgrau Anthrazit. Hier einmal gespiegelt. Der Untergrund ist Anthrazit und das Muster drauf. Dieses, ich würde es fast sagen, wieder besseren Wissens, Maori-Muster in Türkis drauf. Ist eine Verräter-Legio, würde ich jetzt mal einfach sagen. Ich habe mir tatsächlich das Narrativ noch nicht durchgelesen. Das kombiniert, was die können mit dem Allegiance-Traitor-Ding, ist schon böse. Das heißt, sie können noch weiterlaufen und haben noch mehr Charge-Optionen. Dann haben wir die nächste Legio, die ich wahrscheinlich nicht aussprechen kann. Die Legio Kulisetai, die Gatekeepers. Die Gatekeepers haben das Legio-Trait Callous. Und sie werden nicht davon beeinträchtigt, wenn ein Reroll für den Command-Check getätigt werden muss durch irgendetwas. Zum Beispiel durch einen Buff eines Gegners. Das war's. Dafür haben sie aber zwei Strata-Games. Steadfast Bastion und Methodical Advanced. Gucken wir uns dann in Ruhe an. Und die Wargear ist die Accelerated Auto Loaders. Die sind für Apocalypse Missile Launcher. Und hier steht dann auch immer drin, dass die separat equipped werden müssen. Heißt das jetzt, finde ich nämlich ein bisschen komisch beschrieben hier in dem Falle. Ähm, der Auto Loader kostet 20 auf dem normalen Launcher und kostet 40 auf dem Doppel-Launcher vom Warlord. Hm, weiß ich nicht. Ist in dem Falle so, dass ihr eine zweite Schussattacke machen könnt nach der ersten. Dann, ähm, werden die Treffer allerdings mit Minus 1 abgehandelt. Und nachdem das abgehandelt wurde, sind die Waffen für, ähm, für den, ähm, für den nächsten Zug sozusagen deaktiviert. Beziehungsweise für den Rest des Spiels, so war das. Genau. Die können nicht wieder repariert werden. Das heißt, der Auto Loader wird einmal aktiviert und dann war's das. Dann könnt ihr die Waffen nur noch normal abschießen. Ähm, this upgrade has no further effect for the remainder of the battle, even if the weapon is subsequently repaired. Das ist das. Also ich schieße einmal doppelt. Beim Doppel-Schießen schieße ich den mit der zweiten Salve mit Minus 1 und danach ist das Auto Loader Upgrade erstmal weg. Und die Waffe deaktiviert, müsst ihr dann in der nächsten Runde wieder reparieren. Bei einem großen Raketenwerfer auf einem Warlord sehe ich dann Sinn. Bei einem, ähm, kleinen Raketenwerfer auf einem Reaver eher nicht so. Zehn Schuss, meine Güte. Hm, für 20 Punkte muss nicht. Ähm, sehen aber schick aus, tatsächlich mit diesem geteilten Schema. Hier auch so mit so Rost runterlaufen. Das ist immer sehr schön auf hellen Passagen. Auf dem roten kommt das natürlich nicht ganz so gut. Und wir haben die nächsten. Die Legio Tritonis, die Dark Tide. Ähm, Tide of Iron. Any Legio Tritonis Maniple may select a Warlord Titan in place of a Reaver Titan as mandatory. Ja, also, wenn ihr jetzt einen Reaver habt, den ihr nehmen müsst, könnt ihr einfach einen Warlord rein switchen. Zum Beispiel, äh, Venator. Ja, Venator Light Maniple hat einen Reaver und zwei Warhorns, packt dann einen Warlord rein und zwei Warhorns. Hier steht jetzt aber auch nicht, dass, ähm, der dann nicht so zählt, als wäre er Teil des Manipels und wäre von den Regeln betroffen. Deshalb müsste man da auch nochmal aufs Errat erwarten. Wie denken sie sich das? Weil das ja bei Legio Fortidus, meine ich, auch schon mal dann erratiert wurde, dass der Warlord dann zum Beispiel in dem Falle nicht frei schießen könnte. Ja, jetzt ist die Frage, bei Legio Fortidus darf man den Titan gegen alles Mögliche austauschen? Also frei wählen, hier hat man die Restriktion Warlord gegen Reaver, vielleicht ist es dann ein bisschen schwächer und dementsprechend darf man trotzdem von den Manipel-Regeln profitieren. Dann, äh, Revel in Slaughter, 1 zum Command-Check hinzufügen, wenn, ähm, ein Legio Tritonis Titan in der, in dem Spiel vorher zerstört wurde. Das stackt hoch bis maximal 3. Ist ganz nett, das ist dann so, am Ende kann man dann mehr mit Befehlen arbeiten oder sicherer mit Befehlen arbeiten. Weiß ich aber nicht, ob man das unbedingt braucht. Dann haben wir als Stratagem Stygian Veil. Wir haben als Legio Specific Wargear die Radiative Warheads für Apokalypse Launcher, einzeln oder doppelte, plus 25, äh, wenn natürlich kein anderes Upgrade auf dem Launcher ist. Und, ähm, diese sind dann so, dass sie gegen Void Shields, also gegen Titanen-Schilde, natürliche Sechsen beim Treffen einen doppelten Treffer machen. Ist ganz nice, wenn man viel mit Raketenwerfern spielt. Wenn nicht, hat man natürlich mit Legio Tritonis nicht ganz so viel, äh, Spaß, denke ich. Generell, diese ganzen Legios, die hier drin sind, wirken etwas Schutier, ähm, wenn sie den Schutie sein sollen. Dann haben wir die, äh, Legio Damizium oder Damikium, die Unbroken Lords, äh, Trifling Pain. Wenn sie aktiviert werden in der Bewegungsphase, kann man einen, ähm, einen, äh, gewählten kritischen Schaden ignorieren, ähm, bis zum Ende der Kampfphase. Also ein, ähm, äh, Princeps, nein, wie heißt das, Moderati Wounded für schlechter Treffen zum Beispiel, dürft ihr einfach sagen, nee, das möchte ich nicht. Und dann könnt ihr in der Kampfphase danach ganz normal schießen, oder wenn die Beine beschädigt sind und ihr euch weniger bewegen könntet, ignoriert ihr das für die Runde. Ähm, dann ist allerdings die Situation, dass sie kritische Schäden auf die 4 plus auch noch reparieren können, statt auf die 5 plus. Finde ich ganz cool, macht sie ein bisschen, ein bisschen besser, was diese Nerves angeht, die man durch die kritischen Schäden bekommt. Legio Trade ist dann auch noch Envious. 1 zu Command Checks hinzufügen, wenn, ähm, mindestens ein Titan von der gleichen Größe des Maßstabs oder größer, ähm, sichtbar ist. Ist sichtbar in der Front Arc oder muss ich nur eine Linie ziehen können, weiß ich nicht. Ähm, das müsste man vielleicht auch nochmal ein bisschen besprechen. Ich denke mal, man muss ihn einfach nur sehen können, irgendwo neben sich, hinter sich, sonst was. Und dann kriegen sie auf jeden Fall diesen plus 1 Command Check, ist auch ganz cool. Sehr viel wird damit in dem Buch gearbeitet. Sie haben Endurance Beyond's Limit als Stratagem und die Secondary Plating als League-Specific Wargear. Sagt für plus 10 Punkte, dass der erste kritische Schaden, den die bekommen, zu einem Devastating Hit wird. Also diesen 2 Schadenspunkte. Und danach war's das. Dann ist das Ding weg. Aber ihr kriegt den kritischen nicht. Dann kommen wir zu den Maniple. Die werden natürlich im Einzelnen nochmal beleuchtet mit den Kombinationen der Legios in den entsprechenden Videos, die dann da noch kommen. Wir haben das Iglos Light Maniple auf der linken Seite, bestehend aus 3 Warhound Scout Titans und einem Cerastus Knight Banner. Wird aufgerüstet mit 2 Warhound Scout Titans und 2 weiteren Cerastus Bannern. Einzige Voraussetzung, Cerastus Knight Banner müssten hier in dem Falle als Cerastus Knight Axeron gespielt werden. Und das Maniple Trade ist Scorch Earth. Ihr dürft Einsen, äh, einen Würfel, so rum, Entschuldigung, einen Würfel hinzufügen zu allen Waffen, die mit Firestorm Trade aktiviert werden. Also Flamer of Warhounds, Flamer der Knight Asherons. Und ihr dürft Einsen wiederholen beim Armor Roll eben dieser Waffen. Und dann noch diese coole Extra-Option, die mich so ein bisschen an das Janissary Light Maniple erinnert. Die Knight Asherons, wenn sie innerhalb von 6 Zoll um einen Warhound aus diesem Maniple stehen, dürfen sie einen First Fire oder Full Strait bekommen, ohne dass sie einen Command Check machen müssen. Was natürlich Optionen gibt, hier sehr, sehr synergetisch zu spielen. Wenn ihr zum Beispiel drei Warhounds hier in einem Schwadron spielt und ihr habt hier dreimal diese Banner mit den Knight Asherons, dann könnt ihr natürlich, wenn ihr die gut positioniert, alle drei Banner, wenn ihr vorher gut gespielt habt, ein First Fire geben, die flamen sofort, während das komplette Schwadron aktiviert wird. Also es ist so ein Ins-Gesicht-Ding. Werde ich gerne mal ausprobieren, weil Warhounds sind mein Ding, Knight Asherons habe ich auch. Und dann können wir mal gucken, wie das wirklich funktioniert. Und dann haben wir noch das Precept Battle Line Maniple. Ist eine Variation des Axiom. Der eine Reaver, den man im Mandatory hat, wird gegen einen Warbringer ausgetauscht. Seht ihr hier. Und sie haben Flexible Tactics als Maniple Trait. Und dieses besagt, dass in der Strategiephase, bevor irgendwelche Befehle gegeben werden können, ihr einen Befehl festlegt. Und für diesen Befehl, wenn ein Titan diesen auch haben möchte, bekommt er Plus 2 für den Command Check. Alle anderen Modifikatoren, positiv oder negativ, werden dann allerdings ignoriert. Und das macht ihr natürlich ganz gut, wenn ihr sagt, ich brauche für alle Titanen jetzt einen Full Stride. Dann bekommen alle Titanen, wenn sie den Full Stride machen, Plus 1 auf ihren Command Wert, was nicht schlecht ist, möchte ich behaupten. Es können aber auch andere Befehle nehmen. Also es ist nicht so, ich gebe jetzt den aus und dann können die nur den Befehl geben. Macht es schon wieder recht flexibel im Verlauf eines kompletten Spiels. Das waren die Maniple. Kommen wir zu den Nightly Households. Hier geht es dann um diese ganzen kleinen Häuser. Die haben alle nur Seneschal Trades. Guckt euch die an, wenn ihr das Buch habt. Finde ich jetzt nicht so spannend für mich, da im Einzelnen drauf einzugehen. Denn die Seneschal Trades aktiviert ihr im Moment ja auch nur, wenn ihr einen kompletten Nightly Household von diesem Haus spielt. Dementsprechend nicht so potent wie jetzt zum Beispiel die Titanenlegion, wie die sich auswirken. Dann haben wir die narrativen Missionen, also die, die entsprechend der Geschichte sind. Zack, zack. Und dann kommen wir hier gleich zu Echoes of Glory. Hier haben wir eine Möglichkeit eines Missionsgenerators, ähnlich der Karten, die wir haben, allerdings im Buch. Wir können hier auswürfeln, was für eine Welt haben wir. Eine Todeswelt, eine Schmiedewelt oder eine Hive World, Makropolwelt. Diese wird dann nochmal ausgewürfelt mit einem W6. Welche Missionen man dann da spielt auf dieser Welt. Und die haben wir dann hier aufgelistet. Zum Beispiel Todeswelt Stronghold. Hier haben wir einen, weiß ich nicht, Lavafluss oder einen Abgrund. Darüber sind drei Brücken, die ganz klar deklariert sind, wie sind die in der Entfernung vom Spielfeldrand. Wie breit sind die und so weiter und zusätzliche Optionen, die dann noch gespielt werden können. Und dann habt ihr natürlich die Möglichkeit, hier nochmal zusätzlich coolere Missionen zu spielen, wenn ihr das Gelände habt. Dann haben wir zum Beispiel hier in der Death World die Frozen Wastelands. Biting Cold, Plasma Vanting geht auf die 3+, statt auf die 4+, ist so eine Sache. Und Reaktor-Lag erhöht nicht die Reaktorstufe, also Reaktor-Lag 1, ist auch eine ganz coole Sache. Tunnelkrieg, da hat man tatsächlich Line-of-Side-Blocker, die Infinitive-Height haben, also unendlich hoch sind. Und dementsprechend auch das Spiel ziemlich begrenzen, zu einem CQC-Massaker machen, also Nahkampf-Ditanen haben da auf jeden Fall einen Bonus. Research Station, die Hellforge, Convoy Assault, auch eine ganz coole Sache. Da habe ich mir für den 3D-Drucker nämlich was rausgesucht, wo ich einen Convoy darstellen könnte. Die Belagerung einer Makropol-Welt und so weiter und so weiter und so fort. Und hier haben wir nochmal schön dieses Bild, was in der Warhammer-World auch zu sehen ist, wo Legio Mordes gegen Legio Astorum zieht. Wo Legio Astorum hier hinten aus der Stadt rauskommt. Das sieht dann nach so einer Belagerung einer Schwarmstadt aus. Sieht ganz geil aus. Würde ich mir gerne mal live angucken. Ich hoffe, dass wir nach der Pandemie dazu auch eine Möglichkeit haben, da nochmal rüber zu gehen. Und vielleicht auch nicht ganz Warhammer-World zerbombt ist. Das ist das Buch, das Spannende an dem Ding. Und jetzt gibt es mal ein paar Worte zu unserem heutigen Sponsor. Hier als kleinen Werbeeinspieler für das Sponsoring des heutigen Videos ist der Tobias aus dem FIFIKUS in Münster-Hiltrup. Und er möchte mit mir in Zukunft mehr zusammenarbeiten. Wer den letzten Adeptus-Ditanicus-Spielbericht gesehen hat, war glaube ich der letzte, der wird auch schon am Ende dieses gehört haben. Er möchte in seiner dort neu kommenden Community im Extra-Raum auch einen speziellen Adeptus-Ditanicus-Spieltisch aufstellen, um dort auch im Bereich Münster und drumherum etwas an den Anlaufpunkt für interessierte Spieler zu bieten. Wenn es denn dann anläuft und wir 2020 hinter uns gebracht haben und hoffentlich auch die große Pandemie überwunden haben, wird dort diese Werkstatt umgebaut werden. Und gegebenenfalls werden auch regelmäßig Adeptus-Ditanicus-Events dort angeboten, wie auch zum Beispiel von mir organisierte Turniere in dem entsprechenden Raum. Wenn ihr also Bock habt, irgendwie da in diese Community reinzukommen und Interesse habt, schaut gerne einfach mal vorbei. Ich verlinke euch die Adresse unten in der Videobeschreibung von dem Spielwarenladen FIFIKUS und dann könnt ihr dort mit dem Tobi vor Ort am besten mal quatschen, wie er sich das vorstellt und wie weit dann auch die Planungen sind. Danke an dieser Stelle nochmal herzlichst an Tobi und wir schauen uns jetzt die Zufallsgenerierungskarten an. Da sind dann nun noch die Karten aus dem Open Engine War Card Pack für euch. Das ist alles, was drin ist. Diese fünf Stapel an Karten und diese eine Karte doppelseitig bedruckt, die uns sagt, wie nutzen wir das Ganze denn. Es wird Primary ausgesucht, für beide Spieler zählt die. Es wird Planetary Effects, Battlefield Effects und Deployment Maps ausgesucht. Beide Spieler ziehen jeweils zwei Karten der Secondaries und wählen davon eine aus. Diese werden gleichzeitig revealed und somit hat man Primary, die Hauptmission für beide Spieler gleich, was natürlich auch im Bereich des Turnierspiels das Ganze etwas ausgeglichener macht. Und diese Situation ergibt zum Beispiel, ich brauche nur hinten stehen und den Gegner zerschießen und er muss wegen seines Vital Cargo auf jeden Fall zu mir kommen. Das ist natürlich dann in dieser Situation im kompetitiven Spiel ein bisschen ungünstig. Daher hier die Möglichkeit. Primary haben beides. Secondary wählt jeder für sich. Und dann können wir einmal kurz reingucken, was wir hier haben. Die Primaries sind relativ ähnlich mit dem, was wir auch schon haben im Grundregelwerk. Manches ist ein bisschen verfeinert. Wir haben einen Conquest, das ist quasi möglichst viele 5 Zoll. Nein, stopp, lasst mich schauen. Und dann können wir möglichst viele 6 Zoll Korridore für sich erobern, von seiner Seite aus gesehen. Dann haben wir Acquisition, das ist ein bisschen wie Retrieval. Hat man allerdings zwei Missionsmarker, wenn ich es jetzt hier richtig im Kopf habe. Death and Destruction ist im Prinzip Engage and Destroy, allerdings etwas modifiziert. Man bekommt am Ende des Spiels einmal ausgerechnet, wie viele Punkte ist denn die komplette gegnerische Truppe gewesen. Wie viele Punkte hat man denn zerstört davon? Wenn man 25 Prozent davon zerstört hat, bekommt man 10 Punkte. Hat man 50 Prozent zerstört, bekommt man 20 Punkte. Und hat man 75 Prozent oder mehr zerstörtes Gegners von den Punkten, bekommt man 30 Siegpunkte. Also ist nicht dieses mit der Maßstabliste. Finde ich ganz cool an der Stelle tatsächlich auch. Dann haben wir hier Wrath and Ruin. Da bin ich mir gerade nicht mehr ganz so sicher. Das ist glaube ich Zerstören von Objective Markers. Also hingehen und dann werden die zerstört automatisch für beide. Dann haben wir hier Cease and Hold. Das ist dann so ein bisschen wie das Secondary mit dem Zonenhalten. Und wir haben hier Chokepoint. Fragt mich gerade nicht. Das nehmen wir alles in den nächsten Spielberichten durch. Ich habe nämlich vor, das genau diese insgesamt sechs Missionen in den nächsten sechs Spielberichten durchzuspielen mit euch. Und dann gucken wir mal, welche uns am besten gefällt. Also Primary Objectives. Dann haben wir die Secondaries. Wie gesagt, da zieht jeder zwei Karten und sucht sich eine aus. Diese werden gleichzeitig revealed. Wir haben hier den Expedient Strike. All das gucken wir uns nochmal ganz genau an. Wir haben hier das Ehrenduell, Honor Duell. Cease the Quadrants kennen wir schon ungefähr so als Secondary. Plant the Standard kennen wir auch. Hold the Line gibt es auch für 18 Zoll an meiner Kante. Ist niemand, kriege ich fünf. Ist keiner in 24, kriege ich nochmal fünf. Also es ist ein bisschen, ein bisschen weniger mächtig, möchte man sagen, als das, was wir vorher hatten in den Missionen. Pride and Precision. Das ist Seneschal oder Prinzessin Joris zerstören. Martial Pride. Cut of the Head. Also das sind alles so Sachen, die hatten wir prinzipiell schon. Die sind allerdings hier nochmal etwas verfeinert geschrieben. Secure Ground. Make them suffer. Preserve the Past. Und Virulent Messenger. Alle das in den nächsten Spielberichten. Dann kommen wir zu den Deployment Maps. Die sind natürlich auch nochmal anders als die, die wir schon hatten. Wir haben hier einmal in blau und einmal in türkis markiert. Dann kann man sich eine Seite aussuchen, der andere kriegt die andere Spielfeldseite. Hier haben wir direkt auch mit den Zolleinheiten. Wie weit ist denn die Kante jeweils? Dann haben wir hier diese beiden Flanken. Und in der Mitte haben wir dann keine Möglichkeit, etwas aufzustellen. Die Scattered Front. Zwölf mal zwölf Quadranten. Ist nicht viel. Finde ich aber cool, weil diese hier diagonal versetzt sind. Das gibt nochmal eine ganz andere Situation. Wäre natürlich auch sehr geil, wenn man das als Multiplayer macht. Dann hat der eine diese Scattered Front, der andere diese im Team und die anderen beiden diese. Sehr cool. Strengthened Flank ist ungefähr das, was wir schon mal haben. Allerdings sind hier die nicht 12 Zoll in die Tiefe, sondern nur 10 Zoll. Dann haben wir die Confrontation. Die ist ungefähr vom Gefühl ähnlich. Allerdings 18 Zoll in die Tiefe, dafür eine 30 Zoll in die Breite. Dann haben wir den Spearhead. Sehr, sehr CQC-lastig. Bis vorne an der Kante, in der Mitte des Spielfelds, ist Aufstellungszone. Also vorne Knights rein, Clustern, dahinter ein Warlord Titan und Spaß haben. Die Staggered Front. 24x24. Die Kantenlänge hier 8x8 und dann rein. Auch sehr cool. Da tatsächlich, wenn man dann auch mit Gelände denkt, das gibt nochmal eine andere Möglichkeit. Chance of Engagement. Ungefähr das, was wir vorhin hatten mit der Shattered Front. Allerdings hat man auf einer Seite seine Aufstellungszonen. Dafür nur 8 in die Tiefe und 12 breit. Fortified Position. Diagonal versetzte Aufstellungszonen. 10x24 jeweils. Sehr eng, wenn ihr mich fragt. Und die Line of Battle ist quasi so ein Standardding. Allerdings haben wir 8 Zoll in die Tiefe und nicht nur 6 bei der Aufstellung. Das sind die Deployment Maps, von denen man sich eine zieht. Dann kommen wir zu den Planetaren und den Battlefield-Effekts. Ich glaube erstmal die Planetaren. Das sagt dann, auf welcher Welt spielen wir. Ist dann natürlich geil, wenn man entsprechend noch das Terrain hat, dass das auch darstellt. Hinterher auch in Richtung einer Eiswelt. Und das sagt dann hier unten, was denn dann der Bonus ist. Glaube ich. Moment. Hive World hat nichts. Genau. Hive World hat nichts. Die Death World ist allerdings, wenn ich eine Attacke mache mit einer Einheit, werfe ich dann nachher ein W10. Bei einer 1 oder 2 bekommt meine Einheit, die die Attacke gemacht hat, W3 Stärke 6 Treffer. Als wäre es mit einem Quake Trade attackiert worden. Und Void Shields und Iron Shield Saves werden dort trotzdem gewehrt. Das ist so, die Atmosphäre ist tödlich und wenn eine Waffe schießt, entzündet sich die Atmosphäre. Und dadurch kriegt man dann gegebenenfalls einen Treffer oder der Boden wackelt irgendwie in diese Richtung. Wir haben den Blighted World. Hier unten steht dann auch drauf, was denn da ist. Wir haben Shattered World, also gebrochene Welten. Dazu gibt es gar kein Bild. Riesengroßer Text. Sehr spannend. Gucken wir uns auch an. Die hier, genau. Arctic World. Das ist Event Plasma auf 3 plus statt auf 4 plus. Dafür allerdings Critical Hits reparieren. Nur auf die 6 statt auf die 5. Toxic World, Arid World, War World. In der Endphase würfelt jeder Spieler einen W6 und auf die 2 plus kann man eine Attacke verteilen auf ein beliebiges Ziel seiner Wahl. Diese Attacke hat W6 Stärke 8 Treffer. Und auf der 1 darf man Gegner für meinen Würfelwurf was aussuchen, anzielen. Ist natürlich eine spannende Sache. Das ist dann so ein bisschen Artillerie-Bombardement. Trifft dann jemanden noch zusätzlich oder es sind noch Panzer auf dem Schlachtfeld, die zusätzlich jemanden treffen. Wäre eine Sache, die ich auf jeden Fall in einem der nächsten Spielberichte machen möchte. Weil da auch die ganzen kleinen Modelle, die ich habe, für Microhammer auch zum Tragen kommen können. Industrial World. Firestorm Trade. Waffen bekommen einen zusätzlichen Würfel. Und man bekommt einen zusätzlichen Strata-Game-Punkt, den man als Battlefield-Asset ausgeben kann. Und die Forge World. Zwei Strata-Game-Punkte, die man als Battlefield-Asset ausgeben kann. Und zusätzlich haben alle Titanen einen Servitor mehr zum Reparieren. Auch cool. Wäre natürlich auch sehr cool, wenn man eben entsprechend das Gelände hat. Um das dann auch darzustellen. Dass man sich vielleicht vorher festlegt, okay, diese Welt ist es. Jetzt bauen wir das Gelände auf und dann gucken wir nach den Aufstellungszonen-Missionen und den Kampfplatz-Battlefield-Haha. Nein, äh, Schlachtfeld-Konditionen. Da haben wir nämlich sowas wie Vox-Screech. Wann immer der Maschinengeist gewürfelt wurde, bei einem Command-Check, wird kein Command-Check gemacht, um das zu unterdrücken. Nein, Command-Check. Mit Maschinengeist, wenn ich zum Beispiel einen Reaktor ziehe, so ist das, Entschuldigung, viel geredet jetzt schon in dem Video. Wird der Maschinengeist automatisch erweckt und dann passiert halt was. Und Zititanen und Corrupted Titans sind von dieser Regel nicht betroffen. Finde ich auch sehr cool, dieses Bild mit diesem groß verpixelten Castigator Knight. Dann haben wir hier die Vox-Ghost. If a unit rolls a natural one when making a Command-Check, the opposing player may issue the unit an order. Und, ähm, das ist auch sehr cool. Machen wir einen Command-Check und würfeln eine Eins, sagt der Gegner einfach, pass mal auf, der bekommt den Befehl. Hm, wenn zum Beispiel was ist, ich möchte jemanden anchargen, dann kriegt er halt nur den Befehl, ähm, dass er Full-Stride hat, was ihm die Möglichkeit nimmt zu schießen oder sonst irgendwas. Wichtig ist allerdings, Shutdown kann da nicht gegeben werden, auf diese Art und Weise. Aber auch sehr cool, ähm, auch das Bild da drauf, das mag ich tatsächlich. Dann haben wir das Flooded Battlefield. Ähm, Titanen können niemals weiter sich bewegen als 8 Zoll, weil überschwemmt. Sehr geil, von der Art und Weise, wie das beschrieben ist. Ähm, und man bekommt ein Minus-1, ähm, Hit-Modifier auf Knight-Banner, die auch nur die Hälfte sich bewegen können, maximal. Auch sehr cool. Kommt natürlich noch was dazu. Pitch Black, ähm, weiter als 12 Zoll kann ich nicht attackieren. Oha, oha. Ähm. Hm, can only make attack against target within 12 inches unless the target unit has already managed. Made an attack with a weapon without the melee trade or has made the vent plasma action this round. Also, wenn ich Plasma ablasse, wird's um mich herum hell. Wenn ich schieße, wird's um mich herum hell. Dann kann ich beschossen werden. Er sei denn, ich habe vorher mit einer Nahkampfattacke, äh, nur, äh, was gemacht. Dann natürlich nicht, weil's dunkel bleibt. Sehr coole Sache. Ich stelle mir gerade vor, irgendwie so eine Schmiedewelt, ähm, auf der es sehr, sehr, sehr dunkel ist und dadurch auch das, ähm, zum Effekt kommt. Oder eine Kriegswelt, Nachtkampf. Sehr cool. Geysire, die aus dem Boden hervorbrechen. Ich lese jetzt nicht alles im Einzelnen vor. Das sehen wir in den nächsten Wochen, Monaten, Jahren in den Spielen. Dann haben wir hier den Unstable Ground. Und wenn man, äh, die Locomotions pusht, dann, äh, muss man würfeln und gegebenenfalls kriegt der Titan, äh, Treffer an den Beinen. Kennt man ungefähr so von den Minen. Dann haben wir dichten Smog. Ähm, further away than twice, the target's scale automatically misses. Also, ich hab einen Warlord, auf den ich schieße. Bin ich weiter weg als 20 Zoll, verfehle ich einfach. Sehr coole Sache eigentlich. Weil das so ein bisschen ist, wie das im Dunkeln kämpfen. Aber dann nochmal davon ausgeht, dass größere Ziele, ähm, einfach besser getroffen werden können auch. Dann haben wir hier nochmal den Mist. Dann, äh, eins von Trefferwürfen abziehen, wenn du weiter weg bist als 15. Corrosive Haze gibt, äh, Schaden. Add one to Results of all Armor Rolls. Lightning Storm. Alle Waffen mit Void Breaker Trait, ähm, haben ihre Value in Brackets bei 1 erhöht, oder um 1 erhöht. Das ist ja Void Breaker so und so, 1, 2 oder sonst was. Ähm, in jeder Endphase kriegt ein Titan mit einem Void Shield Treffer, weil er bei, äh, vom Gewitter getroffen wurde. Ist dann ein einzelner Weh, äh, ein einzelner Stärke. Acht Treffer auf den Körper. Spannend. Radiation, alles ist verstrahlt. Und, äh, Conflagration, das gucken wir uns auch nochmal in Ruhe an. Und da haben wir jetzt keine Zeit zu, weil dieses Video sowieso schon viel zu lang ist. Das sind die Open Engine War Cards. Und ich kann mir vorstellen, dass für das nächste Turnier des Team Titanicorn gegebenenfalls Missionen aus diesem Pack erstellt werden, die dann alle spielen müssen. In der ersten Spielrunde ist das eure Mission. Alle Tische. In der zweiten ist das eure. Alle Tische. Das Einzige, was gewählt werden kann, ist hier die Secondary. Und pro Tisch sind die festgelegt. Das spielen alle grundsätzlich an allen Tischen. Das ist pro Tisch spannend. Und das kann man sich hinterher noch wählen. Fände ich sehr cool für ein Turnier. Könnt ihr mal in die Videobeschreibung, äh, in die Videobeschreibung, in die Kommentarsektion unter der Videobeschreibung reinschreiben, was ihr davon haltet. Und, ähm, ich danke euch fürs Zuschauen. Ein riesengroßes Dankeschön nochmal an den Tobi vom Feststuhl. Tifikus, äh, schaut gerne vorbei, wenn ihr da aus der Ecke kommt. Guter Typ. Sagt auch, hier, sie schickt mich. Dann erfreut er sich. Und, ähm, wir sehen uns beim nächsten Mal in einem Adaptus Titanicus Tech-Tik-Talk, in einem Livestream von mir, in einem Let's Play, oder gegebenenfalls auch in einer Mittwochsepisode oder einem Spielbericht. Ihr habt noch zufällig ausgewählte Videos jetzt hier eingeblendet, die ihr klicken könnt mit Adaptus Titanicus Bezug. Und, ähm, wir sehen uns beim nächsten Mal. Keep on Wargaming! And praise the Omnissire!